Hallo und herzlich willkommen zu unserer Christ Study Hour hier auf www.jolenmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur nächsten Folge unserer Spezialserie über das Buch Jesaja. Wir wollen uns heute mit den Kapiteln 16 bis 20 beschäftigen im Überblick und haben wieder auch ein Sendemanuskript dazu vorbereitet. Für alle, die sich vorbereiten wollen, speziell auf das Bibelgespräch am 23. Januar, wo Kapitel 7, der zweite Teil und Kapitel 8 im Fokus stehen werden, möchten wir nochmal verweisen auf unsere zweite Folge, wo wir Kapitel 6 bis 10 betrachtet haben und auch ein ausführliches Sendemanuskript dazu mitgegeben haben, wo ihr nochmal in die Tiefe gehen könnt und dort diese Themen euch anschauen könnt. Wir wollen hier natürlich jetzt weitermachen. Das ganze Buch Jesaja im Überblick kennenlernen, besser verstehen und studieren. Bevor wir anfangen, möchte ich noch eine kleine Korrektur in eigener Sache geben zur letzten Sendung, zur letzten Folge. Dort hatten wir im Sendemanuskript unter Jesaja 11, Vers 11 den Vermerk, dass für das Volk Elam in der Zeit von Jesaja noch keine schriftlichen Quellen wieder vorhanden sind. Das ist falsch. Das bitte ich euch zu korrigieren, sondern seit 743 vor Christus, also in der Zeit von Jesaja schon und kurz davor, gibt es wieder Quellen auch für das Volk Elam. Das hatte jetzt für die Auslegung von Jesaja 11 keinerlei Bedeutung, aber trotzdem wollen wir hier der Korrektheit halber das ergänzen und korrigieren. Wir wollen uns jetzt den nächsten fünf Kapiteln zuwenden und bevor wir das Studium beginnen, möchten wir Gott einladen, dass er durch seinen Heiligen Geist jetzt zu uns sprechen kann. Und wir wollen gemeinsam mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für dieses wunderbare Buch Jesaja, für die vielen Schönheiten, die sich in diesem Buch zeigen, auch die vielen ernsten und ganz brandaktuellen prophetischen Themen, die wir dort studieren können. Und wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass die Worte, die wir lesen, uns nicht nur Informationen vermitteln, sondern dass sie uns näher zu dir bringen, etwas von deinem Herzen zeigen, von deinem Plan, von deinem Wunsch, den du hast für alle Menschen. Und das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt und durch seinen Geist zu uns sprechen möchte. Amen. Wir sind in Jesaja Kapitel 16, wir haben das letzte Mal aufgehört mit Kapitel 15, mit dieser Prophezeiung über das Königreich Moab. Und genau dort geht es weiter, Kapitel 16 ist nichts weiter, es ist eine direkte Fortsetzung dieser Prophezeiung über Moab. Wir lesen ab Vers 1, schickt ein Lamm dem Beherrscher des Landes von Sela aus durch die Wüste zum Berg der Tochter Zion. Das ist der Berg in Jerusalem, der Berg Zion natürlich. Und wir wissen aus früheren Zeiten, dass das Königreich Moab dem Königreich Judah tributpflichtig gewesen ist. Und Sela ist ein Ort der Edomiter, das wissen wir aus 2. Könige 14, Vers 7 und heißt wörtlich Fels. Manche denken, dass es vielleicht damit mit dem heute bekannten Ort Petra zu identifizieren ist, was auch Fels heißt, aber das ist nur eine Spekulation. Es gab dort mehrere Orte in der Gegend zwischen Edom und Moab. Also hier wird ausgedrückt, dass scheinbar, der Vers ist nicht ganz hundertprozentig klar für mich auf jeden Fall, aber es wird scheinbar ausgedrückt, dass Moab nur noch so einen bescheidenen Tribut liefern kann. Und geflohen ist in den Süden, wir haben ja gesehen, die Invasion kommt aus dem Norden, wir haben gesehen in Kapitel 15, die Fluchtrichtung der Moabiter ist Richtung Süden, dass sie jetzt hier aus diesem Grenzgebiet zu Edom nur noch einen sehr schwachen Tribut geben können. Denn es wird geschehen, wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest, werden die Töchter Moabs an den Furten des Anon sein. Dieses Bild ist ein Bild für die Flucht aus der Heimat, das kennen wir aus Sprüche 27, Vers 8. Wir haben auch in Jesaja 13 gesehen, die fliehen in Babylonia, wir sind wie aufgescheuchte Gazellen. Der Anon ist die Nordgrenze des eigentlichen südlichen Moab, nördlich davon siedelten ja ursprünglich beim Exodus, dann die Israeliten. Vers 3. Gib Rat, triff eine Entscheidung, mach deinen Schatten am hellen Mittag gleich der dunklen Nacht, verbirg die Verjagten, verrate die Flüchtlinge nicht. Hier sieht man diese ganz plastische, dramatische Beschreibung der Hektik. Und es geht weiter, lass meine Flüchtlinge bei dir einkehren, Moab, sei ihnen ein Schirm vor dem Verderber. Wenn der Bedrücker nicht mehr da ist, das Zerstören aufgehört hat, die Gewalttätigen von der Erde weggefegt sind, dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden und auf ihm wird sitzen in Wahrheit im Zelt Davids ein Richter, der nach dem Recht trachtet und die Gerechtigkeit fördert. Hier beginnt ein neuer Gedanke. Moab wird aufgefordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Auf welche Situation bezieht sich das? Etwa 100 Jahre später, anlässlich der Invasion der Babylonier unter Nebukadnezar, sind offensichtlich viele Juden nach Moab geflohen. Das können wir aus Jeremia 40 und Jeremia 48 ableiten und sind in Moab offensichtlich nicht gut aufgenommen worden, verspottet worden. Und dementsprechend hat dann auch Zephania, Kapitel 2, Vers 8 und 9, ein Strafgericht über die Moabiter angekündigt, die ihrem Nachbarvolk nicht geholfen haben in dieser großen, schweren Krise. Gott wünschte sich, dass die Moabiter den Judäern zur Hilfe eilen, sie aufnehmen und verspricht ihnen dann besondere Segnung in Kapitel 5. Denn wenn sie sich für Israel einsetzen würden, würden sie Anteil haben an diesem Königreich des kommenden Messias. Denn davon spricht Vers 5, der Thron der Gnade im Zelt Davids. Ja, der Messias wird ja der Sohn Davids sein, ein Richter, der nach dem Recht trachtet. Das erinnert uns an das, was wir in Jesaja 11 gelesen haben und auch natürlich schon in Jesaja 9, der König, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Und entsprechend ist das eigentlich hier ein Vers, der diese Idee, die im alten Testament öfter vorkommt, dass Gott selbst die Völker mit Gerechtigkeit richten wird, ein Vers, der auf die Erfüllung in Jesus Christus hinweist. Und die Botschaft an Moab ist, wenn ihr jetzt euch auch durch Wohltat gegenüber den Judäern erkenntlich zeigt und Interesse an Gottes Volk habt, dann werdet ihr teilhaben können an den Segnungen des Evangeliums. Aber was ist das Problem? Vers 6. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, das sehr anmaßend ist. Von seinem Übermut, seinem Stolz und seiner Überheblichkeit, seinem leeren Geschwätz. Wir haben schon über die letzten Folgen gesehen, dass das Thema vom Stolz ein Kernproblem ist, das immer wieder auftaucht in all den Prophezeiungen. Wir haben es in Jesaja 2 gesehen, in Jesaja 3, in Jesaja 9, in Jesaja 10, für das Südreich, für das Nordreich, für die Assyrer und natürlich auch für Babylon in Jesaja 13 und insbesondere in Jesaja 14, wo der Stolz als das Hauptproblem des ganzen großen Kampfes beschrieben worden ist. Vers 7. Darum werden die Moabiter um Moab heulen. Alles wird heulen. Um die Traubenkuchen von Kir Hareset werdet ihr seufzen. Ach, sie sind dahin. Kir Hareset kennen wir aus 2. Könige 3. Das war der letzte Rückzugsort des Moabiter-Königs Meser. Dann haben wir hier in Vers 8, denn die Pflanzungen von Hesbon sind verwelkt. Der Weinstock von Sibmar. Die Herren der Heidenvölker schlugen seine Edelreben nieder. Sie reichten bis Jaeser, wurrten bis in die Wüste, breiteten ihre Ranken aus, gingen bis über das Meer. Hier geht es also eigentlich um eine sehr große, ertragreiche Anbaufläche, die vernichtet worden ist. Sibmar war für seinen Weinbau wohl berühmt. So lesen wir auch in Jeremia. Und das Bild ist hier, dass diese Ranken sowohl nach Norden, Richtung Jaeser und nach Osten, Richtung Arabische Wüste und dann Richtung Westen, zum Toten Meer hin, sich ausgebreitet haben. Und all das jetzt zerstört ist. Darum weine ich mit den Weinenden von Jaeser um den Weinstock von Sibmar. Ich benetze dich, Hesbon und Eleale, mit meinen Tränen über deine Obsternte. Über deine ganze Erntezeit ist das Jauchzen der Feinde gefallen. Freude und Vorlocken sind aus den Obstgeräten verschwunden und in den Weinbergen jubelt und jauchzt man nicht. Der Kälterer tritt keinen Wein in den Kufen. Das Kälterlied habe ich zum Schweigen gebracht. Hier sehen wir wieder, wie wir schon in Jesaja 15 beobachtet haben, das tiefe Mitleid, das Jesaja mit den Moabitern hat. Er sagt, ich weine mit den Weinenden. Er berichtet nicht nur prophetisch, was passieren wird. Er tadelt nicht nur den Stolz der gottlosen Heiden. Nein, er weint mit ihnen, denn er hat Sympathie und Mitleid angesichts dieses dramatischen Verlustes. Genauso geht es weiter in diesem Gedanken in Vers 11. Darum klagt mein innerstes um Moab wie eine Laute und mein Herz um Kir Heres. Es gibt einige Kommentatoren, die bemerkt haben, dass möglicherweise die Prophezeiung über Moab eine der emotionalsten im ganzen Buch Jesaja ist, das ja wirklich äußerst ausdrucksstark ist. Ausgerechnet im Gericht über Moab weint und klagt der Jesaja. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie oft wir wirklich Mitleid haben mit den Gottlosen, von denen wir wissen, dass sie verloren gehen, wenn sie sich nicht zu Gott bekehren. Und es wird geschehen, Vers 12, wenn Moab erscheint, wenn es sich auf die Höhe bemüht und in sein Heiligtum geht. Es bezieht sich auf Jesaja 15, Vers 2, was wir letzte Woche gesehen haben, wo es ja heißt, dass man zum Götzenhaus hinaufsteigt und zu den Höhen. Es wird geschehen, wenn Moab erscheint, wenn es sich auf die Höhe bemüht und in sein Heiligtum geht, um zu beten, so wird es nichts ausrichten. Wir wissen auch aus der Geschichte von Balak und Biliam, dass die Moabiter mit so Opferhöhen gearbeitet haben, die ja später auch die Israeliten von den Heiden übernommen haben leider. Die Moabiter haben zu Chemosh gebetet und kannten auch Menschenopfer, wie wir aus 2. Könige 3 wissen. Das ist das Wort, das der Herr ehemals über Moab gesprochen hat. Hier gibt es also eine erste Fassung dieser Moab-Prophezeiung. Wir wissen nicht ganz genau, von wann die stammt. Aber jetzt in Vers 14 gibt es sozusagen nochmal ein Update, einen Zusatzvers noch. Vers 14. Jetzt aber redet der Herr und spricht in drei Jahren, wie sie der Tagelöhner zählt, also exakt drei Jahre, nicht so ungefähr, weil ein Tagelöhner achtet genau darauf, dass er nicht einen Tag zu viel arbeiten muss. In drei Jahren, wie sie der Tagelöhner zählt, wird die große Menge, deren Moab sich rühmt, gering werden und der Überrest wird winzig, klein und ohne Ehre sein. Hier haben wir wieder das Thema im Buch Jesaja vom Überrest, von den Übrigen. Was uns natürlich interessieren würde, wäre die exakte historische Erfüllung dieser drei Jahre. Leider fehlen uns dazu momentan immer noch die historischen Zeugnisse. Wir wissen lediglich sehr andeutungsweise aus den späteren Historien von Herodot in seinem zweiten Buch, dass der Assyrer-König Sanherib wohl auch König der Araber gewesen ist. Und Herodot, der sich nicht besonders gut auskennt mit der Geografie und den geschichtlichen Zusammenhängen im 8. Jahrhundert, der könnte also durchaus hier auch die Moabiter mit gemeint haben. Das würde also bedeuten, dass die Assyrer dann schon zur Zeit von Jesaja in dieser Zeit auch Moab eingenommen haben. Und das wäre dann möglicherweise hier die Erfüllung, oder das wäre dann die Erfüllung, aber wir können das nicht mit zeitgenössischen keilschriftlichen Inschriften oder Funden aus Moab oder Assyrien korrelieren. Wäre interessant, wenn das vielleicht noch irgendwann mal ans Tageslicht kommt. Jetzt geht es also um eine neue Prophezeiung. Es geht um Damaskus, die Hauptstadt des Königreiches Aram-Damaskus. Das kennen wir schon aus Jesaja 7. Eines dieser kleinen aramäischen Königreiche im Nordwesten des heutigen Syriens und direkter Nachbar vom Nordreich Israel, mit dem sie sich ja dort alliiert hatten gegen Judah. Die Stadt ist schon sehr alt, wird bei Abram erwähnt, David hat dort gekämpft, die Gegend erobert und der Salomo fiel sie dann wieder ab. Was wird uns hier über Damaskus gesagt? Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird zu einer verfallenen Ruine. Wir haben keinen genauen Zeitpunkt, wann exakt in welchem Jahr diese Prophezeiung gegeben worden ist. Wir wissen lediglich, dass Tiglath-Pileser III. 732 v. Chr. Damaskus erobert hat. Verlassen sind die Städte von Aroer. Den Herden werden sie zuteil. Die lagern sich dort und niemand scheucht sie auf. Ein Bild der totalen Desolation. Wir wissen nicht genau, wo Aroer liegt. Vielleicht ist das Aroer aus Joshua 13, 25 im Land der Ammoniter. Dann müsste zumindest dieser Teil dann zum südlichen Teil des Königreichs Aram-Damaskus gehört haben. Das ist nicht unwahrscheinlich, weil wir aus Jesaja 7 wissen, dass die Aramäer dort Einfluss hatten in dieser Wüstenrandzone. Da ist ja dieser Hinweis auf den Sohn des Tabael der Hinweis gewesen. Vers 3. Aus ist mit der Festung in Ephraim und mit dem Königtum in Damaskus. Und der Überrest von Aram wird der Herrlichkeit der Kinder Israels gleich sein. Wir hatten ja gesehen in Jesaja 7, dass die Aramäer militärische Stützpunkte im Nordreich Israel aufgestellt hatten. Und all das würde verloren gehen. All das würde zugrunde gehen. Wir wissen ja aus Jesaja 7 und Jesaja 8 schon, dass Tiglath-Pileser dann Damaskus erobert hat. Dass er das Nordreich und Südreich angegriffen hat und dann kurz Zeit später auch das Nordreich gefallen ist. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches hinschwinden. Jakob ist hier wohl ein Synonym für das Nordreich von Israel. Aber möglicherweise scheint sich hier Jesaja auch ab dem jetzt kommenden, ab diesem Vers bis eigentlich ans Ende des Kapitels auf das Gesamtgebiet Israel zu konzentrieren. Um Damaskus geht es jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern es geht jetzt eigentlich weiter um Israel. Es wird gehen, wie wenn der Schnitter Halme zusammenrafft und sein Arm Ehren abmäht. Ja, wie wenn einer Ehren liest im Tal der Rephaite. Das war ein Tal südlich von Jerusalem, das sehr steinig war, aber sehr fruchtbar war. Und das Bild der Ernte ist ja auch ein Bild der Zerstörung und der Dezimierung. Wir kennen das aus Joel und wir kennen das natürlich auch aus Offenbarung 14. Joel 4 und Offenbarung 14. Und wieder geht es darum, dass nur einige Übrige übrig bleiben werden. Vers 6. Es wird nur eine Nachlese von ihnen übrig bleiben, wie beim Abschlagen der Oliven. Zwei oder drei reife Oliven oben im Wippel des Baumes, vier oder fünf in den Zweigen des Fruchtbaums spricht der Herr, der Gott Israel. Dieses Thema von den Übrigen zieht sich durch das ganze Buch Jesaja. Wenn Gott Gericht hält, bleiben nur wenige Lebendige übrig. Vers 7. An jenem Tag wird der Mensch auf den Schauenden gemacht hat und seine Augen werden auf den Heiligen Israels blicken. Im Gericht bleiben nur wenige übrig, aber diese werden sich zu Gott wenden. Das Idee hatten wir schon in Jesaja 4, dass die Übrigen heilig heißen werden. Und hier sehen wir, wie sie wieder auf ihren Schöpfer schauen werden, auf den Heiligen Israels. Und wir wissen, wenn man auf Jesus schaut, dann wird man gerettet. Johannes 3, Vers 14 bis 16 macht das ganz deutlich. Jesus sagt, dass alle, die auf ihn schauen werden, wenn er erhöht worden ist, wenn so wie die Schlange in der Wüste erhöht worden ist, so muss der Menschensohn erhöht werden, denn so sei Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer an ihn glaubt, wer auf ihn schaut, der wird gerettet. Und hier geht es um alle Menschen. Ellenweit hat diesen Vers auch ganz explizit auf das Südreich Judah angewandt, um deutlich zu machen, dass als die Gerichte kamen, einige übrig geblieben sind, die sich Gott ganz zugewandt haben. Und so sagt jetzt der Jesaja eine echte Reformation unter den Übrigen voraus. Und er wird nicht auf die Altäre schauen, der Mensch, das Werk seiner Hände und wird nicht mehr nach dem blicken, was seine Finger gemacht haben, nach den Aschera-Standbildern und Sonnensäulen. Also der Blick des Menschen geht weg von den eigenen Werken, von den Götzen hin zu seinem Schöpfer. Und das ist ja ein Bild für die Erlösung. Wenn wir wegschauen von unseren Götzen, hinschauen zu dem wahren Gott, weg von unseren eigenen Werken hin zu dem, der schöpferische Kraft hat und der in uns gute Werke tun möchte. Eine echte Reformation. Und wir haben ja auch ein Zitat aus Propheten und Könige, wo Ellenweit genau diesen Abschnitt auch auf diese Reformation und Erweckung bezieht. Und damit deutlich macht, dass die Botschaft des Jesaja nicht fruchtlos geblieben ist. Es waren zwar nur wenige, die sie angenommen haben, aber das hat zu einer echten Bekehrung geführt. An jenem Tag werden ihre Festungsstädte wie die verlassenen Waldeshöhen und Berggipfel sein, die man einst von den Kindern Israels verließ. Und es wird eine Wüste sein. Hier wird sozusagen erinnert an die Zeit, als die Israeliten das Land Kanaan obert haben und die Kanaaniter ihre Stellungen, ihre militärischen Stellungen aufgegeben haben. Genauso wird das Land jetzt wieder verwüstet sein. Denn du hast den Gott deines Heils vergessen und nicht gedacht an den Felsen deiner Stärke. Darum pflanzt du liebliche Pflanzungen und besäßt sie mit fremden Weinranken. Die Israeliten haben Gott vergessen. Gott hat davor gewarnt in Jesaja 5, in 5. Mose 6 und 8. Und wir wissen aus der Geschichte Israels, dass die Israeliten immer wieder Gott vergessen haben. Und wie oft haben wir in unserem Leben schon Gott und sein Wirken vergessen und haben uns auf uns selbst konzentriert. Ähnliche Botschaft finden wir auch in Hosea. Und bei dem Gott deines Heils dürfen wir natürlich an Jesaja 12 uns zurückerden. Eher der Fels unserer Stärke. Ein Bild, das wir auch aus Jesaja, aus 5. Mose kennen. Und natürlich aus den Psalmen, wo David sagt, dass der Herr mein Fels ist. Diese fremden Weinranken sind ein Hinweis darauf, dass man sich wieder am ausländischen Götzendienst orientiert. Vers 11. An dem Tag, da du die pflanzt, ziehst du sie groß und am Morgen, wenn du gesät hast, bringst du sie zum Blühen. Das ist eigentlich relativ unnatürlich. Die Ernte aber wird dahin sein am Tag der Krankheit und des unheilbaren Schmerzes. Hier scheint also der Gedanke zu sein, wenn etwas wieder natürlich schnell wächst, dann bringt es keine gute Ernte. Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Hier finden wir, das ist eine der ersten Stellen in der Prophetie, wo wir die Verbindung zwischen dem Meeresrauschen und dem Toben vieler Völker finden. Eine Verbindung, die immer wieder dann später auch auftaucht. In Daniel, im Buch Hesekiel, in der Offenbarung werden diese beiden Ideen miteinander verknüpft. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Wenn er sie aber schillt, so fliehen sie weit davon und werden dahin gejagt, wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie ein wirbelnder Staub vor dem Sturm. Die Völker sind mächtig und gefährlich. Das haben wir gesehen in Jesaja 10 zum Beispiel. Da hatten wir dieselbe Botschaft. Die Assyrer werden eine massive Invasion bringen, aber wenn Gott sie dann richtet, sind sie nur wie Spreu im Wind. Ein Bild, das wir aus Psalm 1, Vers 4 kennen, wo es heißt, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und natürlich denken wir dabei auch an Daniel 2, Vers 35, wo am Ende der Weltgeschichte sich das letztendlich buchstäblich endgültig erfüllen wird, dass die Gottlosen wie Spreu sein werden, die vom Wind verweht werden. Vers 14, siehe, zur Abendzeit ist Schrecken, da es aber morgen wird, sind sie nicht mehr vorhanden. Das ist das Teil derer, die uns berauben und das Los derer, die uns plündern. Hier ist in einem Vers die gesamte assyrische Invasion vorhergesagt und wie es damit ausgehen wird. Vorhergesagt war das ja schon in Jesaja 10 und wir hatten schon gesehen, dass dann in einer Nacht, und wir werden das ja in Jesaja 36 und 37 noch ausführlich studieren, in einer Nacht dieser Vers sich buchstäblich erfüllt hat, weil die Schrecken der assyrischen Invasion innerhalb einer Nacht vorbei waren. Kapitel 18, Vers 1. Wehe dir, du Land des Flügel geschwirrst, das jenseits der Ströme von Kusch liegt. Hier geht es also jetzt um Nubien. Um das alte Kusch gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, also ungefähr in der Zeit hier, in der Jesaja schreibt, erstarrten die Könige von Nubien. Sehr haben dann schließlich irgendwann ganz Ägypten eingenommen, wo sie die sogenannte 25. Dynastie stellten. Wahrscheinlich ist die Prophezeiung hier in Kapitel 18 noch zu einem Zeitpunkt, wo die Ägypter einigermaßen unabhängig waren. Das werden wir gleich bei Kapitel 19 sehen, weil da kommt jetzt in Kapitel 19 dann Ägypten. Aber diese Gebiete werden jetzt schon nacheinander behandelt und in Kapitel 20, wenn wir sehen, sind sie dann wahrscheinlich schon auch vereint. Die Kuschiten und auch die Ägypter nannten das Reich Kasch. Die Ströme von Kusch sind wohl der blaue und der weiße Nil, die aus dem heutigen Südsudan bzw. aus Äthiopien kommen und sich beim heutigen Khartoum vereinen. Da es seine Booten aufs Meer entsendet und in Rohrschiffen über die Wasserfläche, geht hin ihr schnellen Booten zu der Nation, die verschleppt und gerupft ist, zu dem Volk, vor dem man sich scheut. Seit es besteht zu der Nation, die immer wieder mit der Meschnur gemessen und von Zertretungen heimgesucht wurde, deren Land die Ströme überschwemmt haben. Die Rohrschiffe, die kennt man aus Ägypten, und das sind diese leichten Boote aus Schilfrohr. Da heißt es weiter, ihr Bewohner des Erdkreises, alle und die ihr auf der Erde wohnt, wenn das Kriegsbander auf den Bergen aufgerichtet wird, so schaut hin und wenn man ins Horn stößt, so horcht auf das Geschehen, soll internationale Aufmerksamkeit erheischen. Vers 4, denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Ich werde ruhig warten und von meiner Wohnstätte aus zuschauen, wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernteglut. Die Idee ist hier, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er gerät nicht in Panik, er hat keine Eile. Denn vor der Ernte, wenn die Blüte abfällt und der Blütenstand zur reifenden Traube wird, dann schneidet er die Ranken mit Rebmessern ab. Er wird auch die Reben wegnehmen und abhauen. Gott wird das Gericht zur gegebenen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt ergehen lassen. Und auch hier wird es wieder als eine Ernte dargestellt. Siehe dazu, dass wir Jesaja 17, was wir gerade gelesen haben, in Vers 11. Und sie werden allesamt den Raubvögeln der Berge und den Tieren des Feldes überlassen, dass die Raubvögel darauf den Sommer verbringen und alle Tiere des Feldes darauf überwintern. Das Bild, dass die getöteten Gottlosen von den Tieren gefressen werden, ist ein Bild, das dann später in der Prophetie immer wieder auftaucht. In Eremier 7, Hesekiel 39, ganz berühmt. Und natürlich dann auch recht bekannt in Offenbarung 19, Vers 17 und 18. Vers 7. Das ist ein Rückgriff natürlich auf Vers 2, den wir schon gelesen haben, hin zu der Wohnstätte des Namens des Herrn, zum Berg Zion. Das heißt, hier wird gesagt, dass dieses Land, das Land Kusch, die Nubier, dem Herrn sozusagen als Geschenk nach Jerusalem gebracht werden. Und wenn man das biblisch sich anschaut, dann denkt man fast unwillkürlich an die berühmte Geschichte in Apostelgeschichte 8, als der äthiopische Kämmerer genau aus dieser Gegend ja nach Jerusalem kam und dort vom Diakon Philippus getauft worden ist und dann das Evangelium zurück nach Kusch gebracht hat und dort zum Entstehen einer großen christlichen Gemeinde beigetragen hat, die auch über viele Jahrhunderte den Sabbat, den wahren Sabbat beibehalten hat. Und das ist hier offensichtlich schon hier vorhergesagt in dieser interessanten Prophezeiung. Schauen wir weiter in Kapitel 19 und dort Vers 1. Die Last über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Jetzt geht es also um das eigentliche Ägypten, das zu der Zeit, das werden wir gleich noch sehen, zersplittert gewesen ist. Diese Idee einer schnellen Wolke, gibt es auch in Psalm 18 und wir werden in Offenbarung 1, Vers 7 dann sehen, dass es dort eine ganz endzeitliche, buchstäbliche Erfüllung gibt, wenn Jesus auf einer Wolke zum Gericht kommt. Bei den Götzen Ägyptens ist natürlich zu sagen, dass auch schon der Exodus der Israeliten aus Ägypten ein Gericht an den Göttern Ägyptens gewesen ist, wie uns das Bibel sehr deutlich sagt. Vers 2 Und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden, ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und es ist so, dass in der Zeit, in der Jesaja hier lebt, in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, insbesondere unter Ägypten, das heißt also im Nil-Delta, sehr viele kleine Machtbereiche gegeneinander gekämpft haben. Das Reich war zersplittert, man spricht von der sogenannten dritten Zwischenzeit, was dann auch den Kuschiten ermöglicht hat, dann im Laufe der Jahrzehnte von Süden kommend, Ägypten nach und nach einzunehmen. Andere verweisen auch darauf, dass dann später, zur Zeit, als die Assyrer Ägypten erobert hatten und die Kuschiten dann wieder vertrieben haben, dass die Assyrer selbst nie eine richtig durchdringende Herrschaft in Ägypten haben können und dass es dann wieder diese einzelnen kleinen Fürstentümer gegeben hat, die rivalisiert haben für eine Zeit und sich bekämpft haben. Vers 3 Und der Geist der Ägypter wird irre werden in ihrem Inneren und ich will ihren Plan zunichte machen. Dann werden sie die Götzen, die Zauberer, die Toten beschweren und die Wahrsage befragen. Alle menschlichen Pläne werden zunichte, so haben wir es ja schon in Jesaja 8 gesehen und so wie die Moabiter fragen jetzt auch die Ägypter ihre Götzen. Und diese Prophezeiung hier in Jesaja 19 ist unglaublich interessant und spannend, wenn wir sie jetzt weiter verfolgen. Und der Geist der Ägypter wird irre werden in, also das haben wir gelesen, Verzeihung, Vers 4 Und ich will die Ägypter in die Hand eines strengen Herrn ausliefern und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen. Die letzten beiden großen assyrischen Könige, Asaradon ab 671 und dann Asurbanipal in 664 haben Ägypten erobertet. Beide waren natürlich enorm grausam. An der Grausamkeit der Assyrer besteht nun wirklich kein Zweifel. Andere sehen auch eine Erfüllung darin, dass später Nebukadnezar allerdings nur vorübergehend auch Kontrolle über Ägypten hatte und andere verweisen dann auch noch auf die persischen Könige, die seit Kambysis 525 Ägypten beherrschten. Vers 5 Und die Wasser werden sich aus dem Nil verlaufen und der Strom wird versiegen und vertrocknen. Das ist ein Bild für den Niedergang Ägyptens, denn der Nil ist ja die Lebensader, das ist ja gut bekannt, des Landes. Und stinkend werden die Ströme, seicht und trocken die Kanäle Matzos. Rohr und Schilf werden hinwelken. Rohr und Schilf sind eine ganz charakteristische Vegetation des Nils. Wir können übrigens auch die assyrischen Pläne bezüglich Ägyptens in Jesaja 37 lesen. Die Auen am Nil an der Mündung des Nils und alle Saatfelder am Nil werden verdorren, verwehen und nicht mehr sein. Das Bild von Trockenheit als Ausdruck des Gerichtes kennen wir auch aus Joel Kapitel 1. Die Fischer werden klagen und trauern werden alle, die die Angel in den Nil werfen und die das Netz auf dem Wasserspiegel ausbreiten, werden trostlos sein. Fisch gehört übrigens zu den Spezialitäten Ägyptens, das wissen wir von den Israeliten, die sich in 4. Mose 11 nach dem Fisch Ägyptens unter anderem zurückgesehnt haben. Es werden zu Schanden die Leinenweber und die Weißzeugweber. Ägyptische Textilprodukte waren sehr beliebt und bekannt. Sprüche 7 Hesekiel 27 sagen uns das. Ja, ihre Grundpfeier sind zerschlagen und alle Lohnarbeiter sind in der Seele bekümmert. Also eine weitreichende Wirtschaftskrise wird Ägypten hier erreichen. Nichts als Toren sind die Fürsten von Zohan. Zohan ist die hebräische Form der Stadt Tarnis und wir haben sogar hier die alte ägyptische äh mittelägyptische Form aufgeschrieben im Assyrischen ist es Zahnu. Diese Stadt war während der 21. und 22. Dynastie ein Königssitz und auch in der Zeit von Jesaja als Ägypten so politisch zersplittert war immer noch recht bedeutend ein Sitz wichtiger Herrscher. Übrigens sagt uns Psalm 78 dass in dieser Stadt in der Nähe dieser Stadt auch viele Wunder des Exodus gewesen sind. Die Ägypter waren ja bekannt für ihre Weisheit so lesen wir aus 1. Könige 5 und auch die uralten Könige von denen wir hier lesen die verweisen auf die lange Geschichte dieses Landes mit ihren vielen Dynastien. Deswegen lesen wir hier in Vers 11 nicht als Toren sind die Fürsten von Zohan die weisen Ratgeber das Pharao ihr Ratschlag hat sich als Töricht erwiesen wie könnte ich denn zum Pharao sagen ich bin ein Sohn der Weisen ein Sohn der uralten Könige da haben wir also diese Idee der langen Tradition in Ägypten wo sind denn deine Weisen sie sollen dir doch verkünden und erkennen was der Herr der Herrscher über Ägypten beschlossen hat Paulus greift diese Idee auf wo sind die Weisen dieser Weltzeit ein Prinzip das sich in allen Zeiten bewährt hat und bewiesen hat dass Gott nicht mit den Klügsten und Intelligentesten notwendigerweise arbeitet sondern mit denen die hingegeben sind und ihm dienen und auch Daniel 2 ist ja eine ganz berühmte Geschichte in dieser Hinsicht Vers 13 die Fürsten von Zohan sind zu Narren geworden getäuscht sind die Fürsten von Nov die Anführer seiner Stämme haben Ägypten Irre geführt Nov ist der hebräische Name für Memphis die ehemalige Hauptstadt des Alten Reiches im Süden des Deltas die dann auch in der weiteren ägyptischen Geschichte also auch in dieser Zeit eine besondere Rolle spielte Vers 14 der Herr hat einen Taumelgeist unter sie ausgegossen sodass die Ägypten in all seinem Tun Irre führen wie ein Trunkener herumtaumelt in seinem Erbrochenen also da haben wir schon diese Idee der des Chaos wie schon in Vers 2 und dann heißt es hier in Vers 15 und Ägypten wird keine rettende Tat mehr übrig bleiben der Haupt oder Schwanz Palmzweig oder Binse ausrichten die Haupt oder Schwanz Palmzweig oder Binse ausrichten könnten das ist ein Bild das wir schon aus Jesaja 9 kennen wo damit die Führer damit des Nordreiches die politischen und die religiösen Führer beschrieben worden sind also auch die politischen und religiösen Führer Ägyptens werden nichts gegen das Gericht Gottes tun können Vers 16 an jedem Tag werden die Ägypter wie Weiber sein sie werden zittern und erschrecken vor dem Erheben der Hand des Herrn der Herrschern die er gegen sie erheben wird an jedem Tag das ist diese ganz typische Formulierung für den Tag des Herrn für den Tag seines Gerichtes die wir schon öfter gesehen haben aber jetzt beginnt die Prophezeiung sie scheint erstmal so ganz ähnlich zu sein wie alle anderen aber sie beginnt jetzt plötzlich eine enorme Kraft oder eine enorme Dynamik zu entfalten eine ganz unerwartete oder vielleicht unerwartete Wendung zu nehmen eine ganz wunderbare wie wir sehen werden Vers 17 und das Land Judah wird für die Ägypter ein Schrecken sein so oft ist jemand bei den Ägyptern erwähnt werden sie erschrecken vor dem Ratschluss des Herrn der Herrschern den er über sie beschlossen hat zu dem Zeitpunkt war ja Ägypten ein großes Land und Judah eher ein kleines aber hier wird jetzt angedeutet dass Judah das Volk Gottes mächtig werden wird so mächtig dass die Ägypter sich vor den Judäern fürchten werden wir kennen ja schon aus Jesaja 2 diese Idee dass es Gottes Plan war dass die übrigen in Judah zu solch einem Königreich auf dem Berg Zion anwachsen würden dass andere Völker nach Jerusalem kommen würden um die Herrlichkeit Gottes sein Gesetz sein Wort kennenzulernen wir wissen und das haben wir studiert dass dieser Plan sich nie buchstäblich geografisch erfüllt hat weil das Volk Israel niemals genau diese Verheißung in Anspruch genommen hat aber dass es sich geistlich erfüllen wird und eine vollmächtig verkündende Gemeinde diese Prophezeiung dann als die übrigen in Offenbarung 12 und Offenbarung 14 und 18 Vers 1 erfüllt Jesaja 19 Vers 18 zu jener Zeit werden fünf ägyptische Städte die Sprache Kanaans reden und bei dem Herrn der Herrschern schwören eine wird ihr Herres heißen übrigens es wird ja manchmal gesagt wir sollten nicht in der Sprache Kanaans reden und damit wird dann immer gemeint man sollte nicht zu sehr theologische Fachbegriffe verwenden Sprache Kanaans ist natürlich Hebräisch interessant ist wenn Ellen White über die Sprache Kanaans spricht sagt sie immer wir sollen die Sprache Kanaans sprechen und sie meint damit nicht irgendwelche Unfälle für außenstehende unverständliche Begriffe sondern sie meint damit dass wir im Tonfall die Themen des Himmels reden dass wir so reden wie man auch im Himmel redet die Sprache Kanaans und die sollten wir viel mehr sprechen wir sollten nicht uns mit Bibelwissen brüsten gegenüber Außenstehenden sondern wir sollten tatsächlich die Sprache Kanaans reden so reden wie Jesus auf dieser Welt gesprochen hat schon David hatte in Psalm 68 Vers 32 vorhergesagt dass die Ägypter und die Kuschiten sich einmal für Gott interessieren würden wir hatten in Jesaja 11 schon die Andeutung gesehen dass die übrigen auch aus Ägypten kommen würden und jetzt heißt es hier dass sie bei dem Herrn schwören würden das heißt nach 5. Mose 10 Vers 20 dass sie in einem Bund mit Gott stehen ihr Heeres heißt wörtlich die Stadt der Zerstörung ist wohl ein Wortspiel denn Hebräisch ist Ircheres die Stadt der Sonne und das wäre dann Heliopolis die berühmte ägyptische Stadt Vers 19 an jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze der wahre Glaube wird sich in Ägypten einpflanzen das Land das einmal zur Zeit des Exodus ein Symbol für die Sünde selbst war würde hier den wahren Glauben aufnehmen und das ist eine Prophezeiung die sich durchaus auch historisch geografisch mit erfüllt hat denn tatsächlich war Ägypten eines der frühen Zentren für das Christentum in den ersten Jahrhunderten wo die Wahrheit über Jesus die Wahrheit über den Messias von Herzen aufgenommen worden ist Vers 20 und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Herrscher im Land Ägypten denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen einen Retter senden der wird kämpfen und sie erretten wir haben am Anfang des Kapitels gesehen dass die Ägypter sich wie vorher die Moabiter an ihre eigenen Götter wenden und niemand wird ihnen helfen können weder ihre politischen Führer ihre Fürsten nicht in dieser ganzen zersplitterten dritten Zwischenzeit niemand kann ihnen helfen die Weisen sind töricht die Götter antworten nicht aber dann rufen sie zum Herrn sie schreien zum Herrn und werden gerettet Gott sendet einen Retter Psalm 50 Vers 15 gilt auch für den Ägypter rufe mich an in der Not so will ich wie heißt es in Psalm 50 Vers 15 rufe mich an am Tag der Not so will ich dich retten und du sollst mich ehren Gott will uns retten das gilt nicht nur für Menschen die christlich aufgewachsen sind mit der Bibel sozusagen sondern für jeden Menschen auch hier für Ägypter und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speisopfern dienen sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen was wäre passiert wenn die Israeliten diese Verheißung buchstäblich in Anspruch genommen hätten sie hätten nicht versucht sich selbst abzuschotten von den Heiden was sie dann nach dem babylonischen Exil gemacht haben sondern hier sehen wir sehr deutlich was Gottes Plan gewesen war er hatte gehofft dass die Religion der Glaube Israels der Glaube des Alten Testamentes auch in Ägypten praktiziert worden wäre dass auch dort Opfer gebracht werden würden die auf den Messias hinweiden dass der Heiligtumsdienst auch in Ägypten bekannt gewesen wäre hier haben wir also eine enorm faszinierende Prophezeiung dass Gott sich wünscht dass die Ägypter ihn genauso kennenlernen wie die Judäer ihn schon kennen wir wissen aus Johannes 17 Vers 3 dass Gott zu kennen ewiges Leben bedeutet wir wissen ja schon aus Jesaja 11 das haben wir gesehen in Vers 9 dass Gottes Plan war dass die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde umspannen soll also nicht nur an einem Ort in Palästina sollten Menschen den wahren Gott kennen sondern auf der ganzen Welt das war sein Plan und er erfüllt sich jetzt durch die Verbreitung des ewigen Evangeliums durch alle die die den Messias angenommen haben Vers 22 so wird der Herr die Ägypter schlagen wird sie schlagen und dann heilen ein Bild das kennen wir aus Hosea 6 Vers 2 Gericht und Erlösung und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen an jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen zur Zeit von Jesaja gab es das große Assyrien das immer mächtiger wurde von Norden es gab Ägypten das immer noch recht bedeutsam war auch wenn etwas im Chaos und dazwischen war dieses kleine Judah das Volk Gottes und jetzt wird deutlich dass diese was Gottes Plan ist dass diese mächtigen Feinde in Wirklichkeit eigentlich alle auch zu Gott kommen sollen diese Straße von der es hier heißt die kennen wir aus Jesaja 11 Vers 11 Vers 16 Entschuldigung das ist die Straße für die Übrigen die Übrigen die gerettet werden die befinden sich in Ägypten die befinden sich in Assyrien und sie sollen sogar miteinander verbunden werden wir glauben auch heute dass es in Babylon in dieser Welt in den abgefallenen Kirchen viele viele Kinder Gottes gibt die alle verbunden werden sollen nicht einfach nur einzeln für sich existieren sollen sondern verbunden werden sollen durch diese Straße für die Übrigen und das ist Gottes Gemeinde der Endzeit die Straße für die Übrigen der schmale Weg auf dem die Übrigen Jesus folgen können ausgeleuchtet mit dem Mitternachtsruf der Botschaft von 1844 wie Ellen White das in ihrer ersten Vision so schön beschrieben hat Vers 23 haben wir gelesen Vers 24 an jenem Tag wird sich Israel Achtung als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein Israel, Ägypten und Assyrien sollen eine geistliche Familie werden wir lesen meistens von den Ägyptern und Assyrern als Feinden als diejenigen die vielleicht dann Gottes Gericht mal ausführen aber Gottes eigentlicher Plan war dass nicht nur Israeliten sondern auch die Ägypter die Assyrer und damit auch alle anderen Völker Teil der geistlichen Familie werden denn wenn Gott die Assyrer zu seinem Volk machen möchte und die Ägypter zu seinem Volk machen möchte dann möchte er dass mit jedem Volk Psalm 117 sagt alle Nationen sollen Gott ehren in Lukas 2 wird dann das zusammengefasst wenn es heißt dass Jesus das Licht für die Heiden sein soll und Paulus sagt ja dann in Römer 10 und Römer 15 dass die Heiden teilhaben sollen am Evangelium er hat das hier verstanden in diesen Abschnitten und dann würde sich erfüllen was Gott dem Abraham gesagt hatte in 1. Mose 12 Vers 2 und 3 dass er ihn segnen würde und er ein Segen sein sollte und zwar für alle Geschlechter für alle Heidenvölker der Erde das war die Bestimmung Israels und hier sehen wir wie Gott dem Volk inmitten dieser Krise zeigt was sein eigentlicher Plan ist Israel soll es im Zentrum der damaligen Welt stehend ein Segen sein für alle Völker dass sogar die Ägypter und die brutalen grausamen Assyrer Teil des Volkes Gottes werden diese Idee wird immer später natürlich immer wieder aufgegriffen von den Propheten und dann im Neuen Testament auf Gottes Gemeinde der Christen und dann der übrigen der Christen ganz am Ende in Offenbarung angewandt diesen Auftrag erfüllen sollen Vers 25 und das ist ein ganz spektakulärer Vers denn der Herr der Herrscher segnet es indem er sagen wird gesegnet bist du Ägypten mein Volk und du Assyrien das Werk meiner Hände und du Israel mein Erbteil er macht gar keinen Unterschied mehr zwischen Israel und Ägypten und Assyrien er sagt Assyrien ist mein Volk Ägypten ist mein Volk Israel ist mein Volk bedurft hat dass im Alten Testament das Volk Gottes nicht ethnisch an das israelitische Volk gebunden ist dann ist es dieser Vers denn Gott sagt die Ägypter die ethnisch mit den Israeliten nichts zu tun haben und die Assyrer sollen genau so mein Volk sein wie das Volk Israel und damit wird sehr deutlich dass das Neue Testament exakt genau das tut was das Alte Testament nämlich schon eigentlich immer sagen wollte dass nämlich Gottes Volk nicht an Genen und an DNA hängt und an buchstäblicher fleischlicher Abstammung sondern eine Glaubenssache ist und jeder egal welcher Nation welcher Rasse welche Stamm ist welcher Sprache ist jeder die Segnung des Evangeliums erleben darf wir haben dazu eine ganze Reihe von Neue Testament Stellen aufgeschrieben ihr könnt sie dann im Kontext nochmal anschauen hier im Sendemanuskript zum Schluss noch die Verse von Kapitel 20 Kapitel 20 Vers 1 in dem Jahr als der Tartan nach Astort kam als ihn Sargon der König von Assyrien sandte und er gegen Astort kämpfte und es einnahm hier beginnt nochmal ein neuer Abschnitt ein kleiner Sargon der zweite eigentlich Assyris Scharukhin der zweite benannt nach dem berühmten Sargon von Akkad der in der Frühzeit Mesopotamiens schon einmal zu großem Ruhm gelangt war war der König von Assyrien der Nachfolger von Salmanassar der fünfte erregierte von 722 bis 705 und er war über Jahrhunderte nur durch diesen einen Vers bekannt deswegen glaubten viele Bibelkritiker bis weit in die Mitte des 19. Jahrhunderts dass es diesen Sargon niemals gegeben haben kann dass es hier eigentlich um Sanerib handelt bis man dann auf der Suche nach Ninive in den 1840er Jahren auf die Stadt Kosabat stieß und dort meinte Ninive gefunden zu haben in Wirklichkeit fand man durch Scharroquin die neue Hauptstadt die Scharroquin nämlich Sargon gebaut hatte damals eine ganz spektakuläre Ausgrabung unter Paul-Emile Bottas in Franzosen war die Zeit wo man viele Dinge auch Ninive gefunden und ausgegraben hat und in der Zeit hat man dann diese Stadt von Sargon gefunden und festgestellt er war nicht nur ein Herrscher der existierte er war ein ganz bedeutender ein ganz großer Herrscher zu seiner Zeit war dann Assyrien endlich im Gipfel der Macht der Tartan ist ein assyrischer Titel heißt eigentlich assyrisch Turtanu der oberste militärische Befehlshaber Feldmarschall oberster General der zweite Mann im Staat der hier nach Palästina gesandt wird um die Philisterstadt Ashtort einzunehmen und das wissen wir aufs Jahr genau wann das war das war im Jahr 711 also wir sind jetzt etwa 30 Jahre nach der Berufung von Jesaja die Philister sind damit auch unter die assyrische Oberherrschaft gekommen Vers 2 zu jener Zeit hatte der Herr also im Jahre 711 durch Jesaja den Sohn des Amos so gesprochen geh lege das Sacktuch ab von deinen Hüften und zieh die Sandalen aus von deinen Füßen und er macht es so ging entblößt und barfuß Jesaja soll eine prophetische Zeichenhandlung vornehmen wir kennen das auch von Hosea der eine hurische Frau heiraten soll von Hesekiel der ganz merkwürdige Dinge tun soll in Hesekiel 4 wir kennen das auch von Jeremia der eine etwas der der zum Jordan zum Euphrat geht und dort diesen Gürtel hinbringt und interessant ist hier auch dass der Jesaja Sacktuch ablegen soll Sacktuch ist ja eigentlich normalerweise Kleidung für die Trauer aber wohl auch hier seine gewöhnliche Kleidung gewesen eine sehr einfache und unspektakuläre Kleidung das passt sehr gut in das Bild der Propheten in der Bibel denn wir wissen von Elia und auch von Johannes im Teufel dass sie sehr einfache und nicht besonders luxuriöse Kleidung gehabt haben Schuhe auszuziehen ist wohl ein Akt der Trauer gewesen das wird implizit aus Jesaja 24 deutlich und auch Micha hat eine ganz ähnliche Entblößung das heißt also keine tatsächliche reine Nacktheit sondern so ein Ablegen der äußeren Gewänder praktiziert als Zeichenhandlung da sprach der Herr gleich wie mein Knecht Jesaja drei Jahre lang entblößt und barfuß einher gegangen ist als Zeichen und Warnung für Ägypten und Kursch das heißt es ist also eine Botschaft die im Jahre 708 drei Jahre später nach der Oberung von Aschdott gegeben wird und 708 ist ganz interessant weil wir jetzt hier eine Prophezeiung bezüglich Ägypten und Kursch gleichzeitig haben und wir wissen aus der Geschichte dass allerspätestens im Jahre 707 ganz Ägypten bis zum Mittelmeer bis zum ganzen Nildelta unter der Kontrolle der Kurschiten war der sogenannten 25. Dynastie das jetzt ein Reich gewesen ist das mit den Assyrern dann in Konflikt geraten sollte Vers 4 so wird der König von Assyrien die gefangenen Ägypter und die zur Verbannung bestimmten Kurschiten also gemeinsam Knaben und Kreise entblößt und barfuß und mit entblößtem Gesäß wegführen zur Schande Ägyptens Assyrien würde also diese 25. Dynastie von Ägypten diese Kurschiten die dort über Ägypten herrschen besiegen und wir wissen aus der Geschichte dass 673 die Assyrer unter Ashrach Edina also unter Asar Hadon den wir dann aus Esra 4 noch kennen Feldzüge begonnen haben gegen die Ägypter die waren erst nicht erfolgreich aber 671 gelang die erste noch vorläufige Eroberung von Ägypten und dann 664 und der Ashurbani Abli und der Ashurbanipal wurden die Kurschiten endgültig vertrieben dann ist einige Jahre später auch das altehrwürdige Theben 652 in Oberägypten völlig verwüstet worden in Nahum Kapitel 3 ab Vers 8 gibt es da noch ein Echo davon und tatsächlich sind viele Ägypter und Kurschiten von den Assyrern deportiert worden also auch hier eine sehr deutliche Erfüllung der Prophetie in dieser Zeit Vers 5 da werden dann diejenigen verzagen und zu Schanden werden die sich auf Kursch verließen und sich mit Ägypten brüsteten was war passiert als die Kurschiten unter der 25. Dynastie Ägypten einten indem sie alles eingenommen haben diese ganzen zersplitterten Königreiche und Fürstentümer im Nildelta unter eine Herrschaft geeint hatten da glaubten so die kleinen politischen Einheiten wie Judah und die Philister dort an der Levante Küste dass man mit Hilfe der Ägypter im Rücken den Assyrern sich entgegenstellen konnte und das ist eine Idee die dann in den Propheten immer wieder auftaucht die wir noch öfter sehen werden dass man sich auf Ägypten verlässt und auf Ägypten hofft und aus Ägypten militärische Hilfe erwartet gegen den Feind aus dem Norden gegen die Assyrer übrigens später dann auch wiederholt sich das Ganze man hat auf die Ägypter hofft und dieser Sieg der Assyrer hier über die Ägypter würde also alle Hoffnungen zunichte machen die Hoffnung der Philister die Hoffnung der Judäer deswegen sagt er schon Jesaja 2 Vers 22 wie wir gelesen haben vor einigen Wochen so lasst nun ab von den Menschen der nur Hauch in seiner Nase hat denn wofür ist er zu achten man kann sich auf Menschen nicht verlassen und dieses Motiv dass die alle Hoffnungen auf Ägypten man sich täuschen wird dass es eine trügerische Hoffnung ist dieses Motiv wird jetzt im Buch Jesaja immer wieder auch noch aufkommen Vers 6 und die Bewohner dieses Küstenlandes das sind also vor allem die Philister in den Städten am Mittelmeer die also jetzt nach dem Fall von Aschdott 711 auf die Ägypter gehofft dem König von Assyrien wie wollen wir nun entkommen wenn alle menschliche Strategie scheitert macht sich bei denen die Gott nicht kennen Verzweiflung bereit und deswegen dürfen wir etwas lernen aus diesen Prophezei wir dürfen lernen dass wir uns nicht auf menschliche Hilfe verlassen dürfen sondern unsere Hilfe steht allein bei Gott wir dürfen trauern mit denen die verloren gehen aber vor allem sollten wir uns daran erinnern was Gott hier in Jesaja 19 sagt dass er sich wünscht dass die Assyrer eigentlich nicht Feinde die Ägypter nicht trügerische Hoffnung sind dass sie eigentlich Teil der Familie Gottes sind das ist sein eigentlicher Wunsch und Plan und mögen doch wir auch in dieser Zeit der Krise unseren Blick darauf richten wie wir ein Segen sein können wie wir so sehr die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen dass Menschen symbolisch aus Assyrien und Ägypten in dieser Zeit nach Jerusalem kommen werden um das Evangelium kennenzulernen um Jesus kennenzulernen weil sie gesehen haben dass Gott wirklich rettet Gott möchte in dieser Zeit Menschen aus allen Völkern Nationen Stämmen und Sprachen erreichen und er braucht dich und mich dass wir das glauben und ein Segen sind in dieser Zeit Lasst uns es besser machen als Israeliten hier zur Zeit Jesajas und den kommenden Jahrhunderten diese Verheißung nie wirklich in Anspruch genommen haben Lasst uns die Verheißung aus Offenbarung 18 Vers 1 dass die Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes in Anspruch nehmen und aus dem Wort Gottes leben und ein Zeugnis sein für die Rettermacht unseres Erlösers Jesus Christus Lass uns noch gemeinsam beten Wir haben gesehen wie präzise es die Situation der damaligen Zeit beschreibt wie genau sich die Prophezeiung erfüllt haben soweit wir das historisch mit Quellen recherchieren können und vor allem sehen wir wie inmitten dieser Prophezeiung dein Evangelium hervorbricht und deutlich macht dass alle Menschen dich kennenlernen sollen und Herr hilf uns dass wir heute diese Entscheidung fällen dass wir Teil dieser Bewegung sein möchten und arbeite dass andere Menschen die dich noch nicht kennen dich kennenlernen wie du wirklich bist Herr das bitten wir in deinem Namen erfülle uns dazu mit deinem Heiligen Geist und schenke uns weiterhin Freude dein Wort zu studieren und daraus zu leben im Namen Jesu Amen Ich hoffe es ist dein Wunsch Teil dieser Bewegung zu sein Gott segne dich in dieser Entscheidung nächste Woche sehen wir uns bis 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 bis